Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin Reihe. Heute geht es mal wieder um ein kleines Problem von Bitcoin bzw. von dem Konzept und zwar machen die Miner irgendwie alles so ein bisschen kaputt. Das hört man auch so ein bisschen immer wieder mal raus und zwar hat man schon öfters mal Umweltschützer über Bitcoin schimpfen hören. Da ist tatsächlich was dran und das möchte ich euch heute einfach mal kurz näher bringen. Ist zwar kein Tutorial in dem Sinne, aber ich finde es einfach super mega wichtig, dass man das auch weiß, dass Bitcoin einfach, ja, nicht gerade umweltfreundlich ist. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz hier unten die Mining-Kosten an. So, gesamter Mining-Gewinn in US-Dollar sind 46.500 blablabla. Kosten pro Transaktion in US-Dollar und das sind tatsächlich nur die Kosten, also nicht die Kosten, nicht die Gebühren, die man bezahlt, sondern die Kosten an Strom, die eine einzelne Transaktion braucht. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Transaktion im Bitcoin-Netz mache, kann ich so viel zahlen, wie ich möchte. Das bleibt mir überlassen. Ich kann 80 Dollar zahlen für eine schnelle Transaktion, ich kann 5 Dollar zahlen für was auch immer, aber der Miner steckt insgesamt 127 Dollar, also fast 127 Dollar an Stromkosten da rein für eine Transaktion. Und ihr wisst, ein Block enthält knapp 3000 Transaktionen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viel ein Block tatsächlich wert ist. Das ist schon brutal, wenn man sich das so überlegt, vor allem, weil ein Block tatsächlich alle 10 Minuten generiert wird. Und da hat tatsächlich jemand mal auch die Mathematik dahinter gemacht. Die Seite ist bitcoinenergyconsumption.com, da werdet ihr hier drauf weitergeleitet. Und ja, hier oben haben wir so eine kleine Zusammenfassung, was eigentlich so gerade passiert. Und zwar die Terrawatt-Hashes, beziehungsweise hier drüben auf blockchain.info findet ihr das Ganze in Giga-Hashes pro Sekunde. Das kann man natürlich umrechnen. Meine Grafikkarte ist eine 1080, die hat knappe 3 Giga-Hashes pro Sekunde. Wir sind hier bei, naja, etwas mehr. Das sind keine Kommas, das sind tatsächlich tausende Stellen. Also nicht Komma irgendwas, sondern wirklich tausende Stellen hier. Das ist eine unglaubliche Zahl. Das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Noch heftiger wird es, wenn wir uns den Stromverbrauch hier mal so angucken. Und zwar ungefähr so viel Strom verbraucht wie Bulgarien. Einfach nur, damit die Blockchain am Leben bleibt. Das ist brutal. Das ist wirklich heftig. Kilowattstunden am letzten Tag, nur ein einzelner Tag, sind fast 100 Millionen Kilowattstunden. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bitcoin verbraucht tatsächlich 0,16% des weltweiten Stromes. Also des weltweiten wirklich Stromes. Das ist schon ungefähr so viel wie mehrere Atomkraftwerke. Also zwei oder drei Atomkraftwerke komplett. Nur für Bitcoin, mehr nicht. Oder es sind US-Haushalte, die mit Bitcoin oder die durch den Strom von Bitcoin gepowert werden können, also quasi mit Strom versorgt werden können, werden 3,3 Millionen. Das muss man sich schon so überlegen. Jetzt die Frage, die sich natürlich stellt ist, wieso lohnt sich das noch? Und lohnt es sich noch in Deutschland? Dazu werde ich noch ein gesondertes Video machen, was sich jetzt in Deutschland lohnt und was nicht. Aber wie ist jetzt bei Bitcoin der Preis orientiert? Oder wieso kommen immer noch mehr Leute, die Hashing machen? Der Grund dafür ist folgender. Und zwar, wir haben das letzte Mal gesehen, eine Transaktion ist so viel wert ungefähr. Also das heißt, der Miner bekommt tatsächlich jetzt in dem Fall ca. 19, irgendwas Bitcoin. Das ist immer abhängig von den Fees. Er bekommt immer einen Blockreward von 12,5 Bitcoin und er bekommt immer 19,37, also in dem Fall jetzt gerade halt ein paar Fees noch zusätzlich. Die Fees unterscheiden sich natürlich immer, also die Transaktionsgebühren. In dem Fall sind es jetzt nur 6,87. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, was angeguckt mit 8, irgendwas. Also so um die 7 bis 8 Bitcoin sagen wir mal. Das heißt, wir sind so, wenn es gut läuft, bei 20 Bitcoin, die wir bekommen und das als Miner. So, 20 Bitcoin sind wie viel wert? Naja, 20 Bitcoin sind aktuell, ich fahre hier einfach mal drüber, 324.000 Dollar wert. Das ist jetzt natürlich eine heftige Zahl. Für 324.000 Dollar kann ich einiges an Strom verpassen und genau das haben sich auch die Miner gedacht. Das heißt, hier sind wirklich, Moment, ich gucke ganz kurz, wie viele Transaktionen wir hier drin haben. 1950 Transaktionen. Das bedeutet natürlich, wenn wir hier jetzt uns das angucken, dann sind wir hier bei Stromkosten in Höhe von knapp 250.000 Dollar. So, jetzt werden hier natürlich aber, Sekunde, jetzt werden hier natürlich aber 324.000 Dollar rausgehauen. Und ja, das heißt, die Miner machen tatsächlich noch Gewinn. Die Miner machen immer noch Gewinn. Das ist aber natürlich sehr, sehr stark an den Bitcoin-Preis einfach gekoppelt. Das heißt, wenn Bitcoin fällt, dann gehen Miner. Und wenn Miner gehen, wird die Difficulty runtergesetzt. Sprich, die Hashrate hier wird insgesamt runtergesetzt. Sprich, man braucht weniger Strom, weil man findet natürlich öfters einen Block. Sprich, man muss weniger Kosten investieren. Sprich, es lohnt sich wieder. Das heißt, der Bitcoin-Preis bestimmt auch so ein bisschen, wie viele Miner es gibt natürlich. Und für wie viele Miner es sich tatsächlich noch lohnt. Und ja, es ist sehr, sehr wichtig auch zu sehen, in welchem Land gefarmt wird. Denn das meiste wird tatsächlich momentan in Venezuela gefarmt, weil dort der Strompreis am geringsten ist. Dort lohnt es sich noch zu Minen. Und manche Leute gehen echt da hin und mieten sich dann einfach nur so ein riesiges Lagerhaus und fangen dann dort an, ihre Miner aufzustellen. Das macht tatsächlich manche Leute. Und für die lohnt es sich dann gerade noch so, aber eben auch nicht wirklich arg. Also das passt sich wirklich dynamisch an. Wenn Miner gehen, geht die Difficulty runter, geht natürlich der Stromverbrauch runter, weil man mehr Blöcke findet mit einer geringeren Hashrate. Oder gleich viele Blöcke findet mit einer geringeren Hashrate. Und dadurch wiederum muss man weniger Strom investieren. Wenn meine aber dazukommen, muss der Bitcoin-Preis hochgehen, damit es sich für die auch noch lohnt. Ja, und ich dachte, dieser Zusammenhang, den solltet ihr vielleicht auch verstanden haben soweit. Und vielleicht ist eine Bitcoin-Preissteigerung nicht unbedingt immer das Beste, was man sich jetzt wünschen kann. Klar, wenn man investiert hat, wünscht man sich das trotzdem irgendwie, aber auf der anderen Seite muss man das auch im Hinterkopf behalten. Ja, und das ist eins der größten Probleme meiner Meinung nach von Bitcoin, dass es einfach so unglaublich viel Stromverbrauch hat. Und das ist auch einfach ein Problem von Roof of Work. Und deswegen gibt es auch tatsächlich Kryptowährungen, die da eine Alternative haben, die wir uns demnächst mal angucken werden. So, das war es wieder mal von meiner Seite heute. Jetzt war es das eigentlich schon wieder. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!